hallo und herzlich willkommen in der folge 70 von landwirtschaft simulat 2015 wir sind hier in der präzisionsarbeit vom aufladen der strohballen also ich zumindest hey so ich war jetzt mal weiter ab etwas anders als ursprünglich da haben wir gesagt so muss das aussehen jetzt liegt er auch drauf heute ist auch wieder ein klein traktor anders vorbei da hat auch heu geladen ziemlich hoch muss man sagen ja jetzt ist er wieder ach so nee die folge um der wand anders wobei es könnte wieder zeit zum krasen und sein ja krasmen kann man eh öfters ja da gibt es aber auch in der einen folgarten ja gut das ist was anderes da macht man das spätestens alle 14 tage also ich weiß nicht wie du es machst wahrscheinlich auch so oft nicht nicht ist ja hochwachsen vor allem als neulich so viel geregnet hat da hat sich die rasen mehr schwer getan ich wüsste jetzt nicht sagen dass wir es mal gemäht haben also du kannst schon mal den nächsten ball bringen jetzt ja ich bin sofort wieder auf dem weg ich muss hier nur noch gerade aus also wenn man das richtig und präzise macht könnte man zwei mal zwei rein machen ach zwei rein machst du gleich nein eine wenn man das richtig und präzise macht würde ich gerade sagen ach so ja ich dachte du machst das richtig und präzise nein bin doch nicht verrückt war ein traktor ey steig doch aus wir haben nur aus dem weg gestellt naja ich hab hier die ganze zeit durch da ist er befindet das wird er mitten im weich gestorben wie groß ist der strobe ab wie groß der strobe ab schon ist 10 prozent geht aber schnell ja das weiss ich und 20 50 und so weiter und so weiter und so weiter 1 2 3 3 4 müssten wir noch drauf kriegen eigentlich mit leichtigkeit 3 4 noch 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 4 4 4 5 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 7 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 11 12 11 12 12 12 13 15 15 16 Super. Wird ja schön runtergefallen. Jetzt muss ich den erst richten. Da steht nämlich nicht so schön. Naja, probieren wir es nochmal vorsichtig. Kommst du mit dem nächsten bitte? Der steht da. Na, ich weiß. Okay, wenn du noch einen kurzen Augenblick geduld hast. Ja, er hat sowas zu tun, ansonsten nehme ich den anderen nochmal. Der müsste jetzt nur noch ein Blick leer sein. Ja gut, dann lass dir Zeit, ich nehme den nochmal. Okay, dann kann ich ihn auch abkommen direkt. Also den anderen hier. Also den anderen hier. Juhu, juhu. Kommst du auf, kommst du einen guten Abend? Kannst du auf. Jetzt bin ich bush Filme. Hier bist du drin. Ja, ich bin Grüße. Benutzt. Also den Abend. das lichter machen sag mal ist der fisch immer so nervig ja er ist ein stör jetzt hast du dich mal wieder her machen wenn sie vor da bleibt ja das jetzt gut das ist ein hänger ein bisschen verschoben ersehnlich jetzt warte Sekunde 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 passt die Position äh noch ein vor 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 jetzt mal in an sich warte jetzt ausladen jetzt sind so schlecht klingelt man beim Metzger so sollte man sich nicht wundern wenn ich kein schwein aufmachen wobei der ist fast wieder lustig ja einen kriegen wir noch drauf einer geht noch drauf wobei man eigentlich alle zwei oder drei oder zehn drauf machen könnte aber ich halt nicht das ist mir zu müß lasse ich zu müßinnig alles hier mit dem Rest mal mit dem Strohsammelwagen oder was genau genau kommt ein Mann zum Metzger ich hätte gerne einen Stierhoden der erwidert ich auch ach machst du den jetzt den mach ich schnell jetzt ja stell ich dir hier den Hänger auch aus dem Weg dann nimmst du übrigens nur die halbe Spur mit mir ups und ich hol schon mal den Ladewagen hast du den Helfer ausgestellt das ist gut nein ja in dem Fall schon da kommt der Ball einer 2 drauf da auf die hintere Seite ja das kriegen wir schon kannst du dort danach umspringen bitte zähl mal Prozent Ballenpresse jo ähm ja das ist ja ah moment ich brauche mich noch kurz nach dem Weg ja 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 ich bin so weit muss nur umspringen oder mhm so dann fahr ich den jetzt mal an die Wand im lasten so das passt schon alles ja okay okay Tschüss. Ich fahre den letzten Ballen dann gleich. Ja, einen kriegen wir noch drauf. Einen kriegen wir noch sicher drauf, sagen wir es mal so. Hört sich besser an. Hört sich sicherer an. Willst du den noch schnell machen, den Ballen pressen oder nicht? Ja, würde ich machen. Okay. Aber ich würde die Spur vielleicht noch nicht zu Ende sehen. Warum nicht? Weil wir sonst nicht mehr sehen, wo wir waren. Oder? Bei der Texte. So. Außerdem ist die nicht ab. Ich habe es gemerkt. Ja, man sieht schon noch, wenn du genau guckst. Ja, gut. Und ich lasse ihn da auch am Ende stehen. Und wie sieht es aus? Ja, ich bin Kanada. Sehr gut. Wie lange hast du eigentlich vor, heute aufzunehmen, weil du ja begrenzt bist? Ja, ich muss morgen wieder früh raus. Ja, ich glaube, dass wir die nächste Folge umgehen. Hm. Gut. Du morst früh raus. Ich will früh raus, wahrscheinlich. Mhm. Das ist der Unterschied. Mein Fright. Leider. Gott sei Dank. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Meter. Noch ein kleines Stück. Tada. Jetzt bitte. Ich muss noch ein Stück zurück. Ich muss noch ein Stück zurück. Ja, das lang geht's. Steht. Danke. Nein. Och Mann. Idiot. Alles wieder geklärt. Jetzt der Anlauf. Gabel zu. Ist das eigentlich eine Gabel? Äh. Eigentlich schon, oder? Nein. Ich glaube, es ist jetzt Ballengabel. Greifgabel. Schaufel ist es hier nicht, da sind wir uns mal einig. Messer. Messerlöffel Gabel. Schaufel ist es hier nicht, da sind wir noch ein paar oben drauf machen. Ja, wenn das so ist. Ich würde es eigentlich gerne machen, aber nee, lass mal bleiben. Der Stroh langt ein bisschen auf jeden Fall. So, und jetzt soll ich das wegfahren, oder wie sieht das aus? Äh, nee, nee, ich würde jetzt erstmal, äh, also es weg, wenn du erstmal ballen, äh, mit dem Ladewagen langführen könntest, damit wir mal weiter sind können. Okay. Ist schon alles da. Im Quältchen Bulldog? Ah, ja. Ist alles schon. Wunderbar. Das ist immer. Hm. Hm. Schreibe ich mir kurz was parallel auf. Ja, wir könnten eigentlich auf die Folge jetzt beenden. So ein fliegenden Wechsel machen wir das? Wollen wir ja ein fliegenden Wechsel machen. Ja, würde ich vorschlagen. Ja, ja, könnte man machen. Dann machen wir das. Ja, machen wir eigentlich. Ehe, ich bleibe schnell stehen und dann ist das ein fliegender Wechsel. Was hältst du davon? Oh ja. Gut, dann verabschieden wir uns mal wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.